Wir sind sehr international, ihr merkt das schon. Wir sind The Base Boat und freuen uns sehr, heute Abend hier zu sein. Man merkt, es ist abends, auch wenn es noch alles ist. Ja, so ist das. Es sind verrückte Zeiten, diese Sommerzeit. Wir spielen gerne vor vielen Menschen, aber noch gerne. Gerne, am gernsten. Spielen wir vor Fans von Status Quo. Das könnten wir mit Erfahrung sagen, denn wir machen es schon zum zweiten Mal. So, wir haben festgestellt bei diesen Shows, eins ist sehr, sehr wichtig an diesem Abend. Wir haben ein paar Arme schon oben gesehen, ein paar mehr werden es im Laufe des Abends noch werden. Das Wichtigste ist aber die Grundeinstellung. Das werden wir jetzt einmal überprüfen, ob die stimmt, sonst kommen die Jungs von Status Quo nämlich nicht raus. Und zwar lautet die Frage. Oh Gott, ich bin so gespannt. Ich auch, ich hoffe, Sie wissen die Antwort. Oh ja. Habt ihr Bock auf Rock'n'Roll? Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020